Das Wetter Der Wetterbericht Die Sonne Sonnig Die Wolke Bewölkt Bedeckt Wolkenlos Der Regen Regnen Regnerisch Der Nebel Neblig Der Schnee Schneien Verschneit Der Hagel Hageln Der Wind Windig Der Sturm Stürmen Stürmisch Das Gewitter Gewittern Der Blitz Blitzen Der Donner Donnern Der Niederschlag Der Schauer Der Dauerregen In Strömengießen Der Schneeregen Nieseln Das Unwetter Das Unwetter Die Hitze Heiß Die Hitzewelle Die Kältewelle Die Schwüle Schwül Mild Mild Die Kälte Kalt Der Frost Frieren Das Eis Eisig Der Regenbogen Der Regenbogen Der Wind Wie wird das Wetter morgen? Der Wetterbericht sagt, dass es morgen schneien wird. Heute scheint die Sonne den ganzen Tag. Ich hoffe, dass es morgen sonnig wird. Die Wolken sehen aus wie Schafe. Heute ist es bewölkt. Am Morgen war es bedeckt, aber später haben sich die Wolken aufgelöst. Heute Morgen war es bewölkt, aber jetzt ist der Himmel wolkenlos. Ich habe gehört, dass es morgen Regen geben wird. Es regnet sehr stark. Heute ist ein sehr regnerischer Tag. Heute gab es plötzlich Nebel auf der Autobahn. Heute Morgen war es ziemlich neblig. Auf den Straßen liegt immer noch viel Schnee. Es schneit. Heute ist ein verschneiter Tag. Der Hagel ist so groß wie ein Tennisball. Zuerst hat es geregnet und dann hat es plötzlich gehagelt. Am Meer weht starker Wind. In letzter Zeit ist es oft windig. Wegen des Sturmes sind Bäume umgefallen. Gestern Nacht hat es so stark gestürmt, dass ich aufgewacht bin. Draußen ist es sehr stürmisch. Ich habe bisher noch nie so ein starkes Gewitter erlebt. Schau mal, wie dunkel es draußen ist. Ich glaube, es gewittert bald. Hast du den Blitz gesehen? Es hat schon wieder geblitzt. Hast du den Donner gehört? Es donnert ständig, aber es regnet nicht. Experten sagen, dass es dieses Jahr mehr Niederschlag geben soll als letztes Jahr. Heute soll es einen Schauer geben. Es regnet jetzt schon seit vier Tagen. Dieser Dauerregen nervt. Schau mal raus. Es gießt in Strömen. Morgen soll es Schneeregen geben. Das mag ich überhaupt nicht, weil die Straßen dann immer so matschig werden. Vielleicht solltest du einen Regenschirm mitnehmen. Es nieselt draußen. Ich habe in den Nachrichten gehört, dass es ein schlimmes Unwetter im Westen Deutschlands gab. Wegen der Hitze haben viele Leute Probleme mit dem Kreislauf. Diesen Sommer ist es besonders heiß. Aufgrund der Hitzewelle letzten Sommer ist jetzt in vielen Ländern das Trinkwasser knapp. Dank der Kältewelle diesen Winter wird es im Sommer wohl nicht so viele Mücken geben. Diese Schwüle ist anstrengend für den Körper. Der koreanische Sommer ist sehr schwül. Die Temperaturen sind ziemlich mild heute im Vergleich zu gestern. Es gibt Leute, die mögen die Kälte des Winters. Wenn es so kalt ist, möchte ich am liebsten gar nicht rausgehen. Bei Frost muss man besonders vorsichtig fahren. Ich habe gehört, dass es heute Nacht frieren wird. Deshalb solltest du morgen vielleicht lieber nicht mit dem Auto zur Arbeit fahren. An den Fensterscheiben ist Eis, weil es so kalt ist. Heute ist es eisig. Wenn es gleichzeitig regnet und die Sonne scheint, entsteht ein Regenbogen. Dann gehts ein Regenbogen. Dann geht es Ihnen weiter.